Der Sensormarkt wächst und erzielt Jahr für Jahr neue Rekorde. Es gibt kaum noch Bereiche, die ohne Sensoren auskommen, die messen, prüfen und überwachen. Vor 25 Jahren gegründet, haben wir uns heute zum führenden Hersteller für Durchflusssensoren und Umweltsensoren entwickelt. Wir produzieren Sensoren für die Automobilindustrie, Medizintechnik oder für Konsumgüter. So ist zum Beispiel jedes dritte Auto, das heute vom Band läuft, mit mindestens einem Sensionsensor ausgestattet. Die meisten unserer knapp 1000 Mitarbeiter sitzen am Hauptsitz hier in Stäfer in der Nähe von Zürich in der Schweiz. Wollten wir früher wissen, wie viele Mitarbeiter bei Sensoren weltweit arbeiten, war das eine meist tagelange Aufgabe, bis wir alle Daten zusammen hatten. Deshalb benötigten wir ein innovatives Personalmanagementsystem, das mit unserer agilen und dynamischen Unternehmenskultur mithalten konnte. Gleichzeitig musste es uns die Sicherheit geben, jedes arbeits- und datenschutzrechtliche Thema in den anderen Ländern zu beherrschen. Im TTS fanden wir den perfekten Partner, der flexibel auf unsere Anforderungswünsche einging, uns aber auch die Struktur und mit SAP eine Systemlösung vorgab, die unseren dynamischen Anforderungen entsprach. Wir empfahlen unseren Quickstart für SAP SuccessFactors Employee Central. Dadurch hatte Sensirion die Möglichkeit zum Fixpreis das System kennenzulernen und im weiteren Schritt Anforderungsbedarfe festzustellen. Unser Quickstart basiert auf vorkonfigurierten und bewährten Prozessen, sodass eine Implementierungsphase in rund vier Wochen abgeschlossen werden kann. Mit Employee Central von SAP SuccessFactors verwalten wir heute unsere Mitarbeiterdaten weltweit. Das bietet uns die perfekte Grundlage für weitere HR-Aktivitäten, wie zum Beispiel Onboarding oder Talentmanagement. Täglich spüren wir, wie Routineaufgaben leichter und schneller vonstatten gehen. Das erlaubt es dem HR, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sensirion. Die Mitarbeiter erreg lern. Die Mitarbeiter der Sensirien sind keine Betreide-Serie, die Mitarbeiter der Sensirien ist eine umgemäßige Erregung, Und das ist eine Begrüßung. Und das ist eine Begrüßung. Vielen Dank.